Grüße! Wir gehen heute auf Skitour in Montafon und im Rahmen vom Projekt Naturverträglicher Bergsport in Montafon geht es heute um die ganzen Lenkungsmaßnahmen, wie wir sie da im Hintergrund sehen. Christian, das sind jetzt die Neuerpfeile, die du da montierst, oder? Ja genau, ich habe wahrscheinlich eh schon einige beim Aufstieg gesehen. Magst du vielleicht meinen Gästen erzählen, was das für ein Projekt ist und warum du da bist und warum die Pfeile da überall sind? Ja gerne, also wir befinden uns hier am Rande einer sehr wichtigen Ruhezone für Wildtiere im Winter und wir haben hier Lenkungsbeue und Richtungspfeile montiert, damit ihr Skitourengeherin und Skitourengeher die richtige Abfahrt finden. Wir haben unterschiedliche Formate, einerseits diese Lenkungsbeue, die Lenkungspfeile und für den Aufstieg auch kleine Hinweise dafür. Das heißt, vom Aufstieg bis zur Abfahrt hat der Tourengeher, die Tourengeherin immer einen Hinweis, wo kann ich gehen, wo ist gut zu gehen und welche Bereiche sollte ich vielleicht meiden. Ja und so kann man einen Skitouren-Tag naturverträglich gestalten. du weibst ja noch etwas mit demzenτά. Du weibst ja dich auch mit dem ups einem Du weibst ja dich auch hinter dem auch darauf zu du dran Francis 你 Vielen Dank.